Musik Heute hat unsere Kulturveranstaltung im Rahmen der Bundesratspräsidentschaft stattgefunden. Ein Comic Battle. 16 Bundesländer sind gegeneinander angetreten, haben gegeneinander Comics gemalt. Das Schwerpunktthema war Föderalismus, wurde wirklich unterhaltsam miteinander verbunden. Das ist eine tolle Veranstaltung. Gerade große Themen, die vielleicht manchmal sehr hitzig oder emotional diskutiert werden können, sehr witzig und prägnant auf den Punkt gebracht werden. Und ich glaube, da werden Comics und Cartoons als Medium oft noch unterschätzt. Ich fand es sehr eindrücklich zu sehen, wie die Leute super schnell auf dem Teil sehr gute Ideen kommen und auch die verschiedenen Zeichenstile zu sehen. Das ist sehr nett. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.